Hallo, ich bin's der Jürgen, ja genau, und ich wollte mich nochmal bei euch melden, weil natürlich jetzt eben auch viel geschrieben wurde über das Thema Tagebücher. Und ja, denke, wer mitbekommen hätte, was bei der Hertha für Zustände herrschen, der hätte absolut verstanden, warum ich das in mein Tagebuch geschrieben habe, genau. Aber jetzt bin ich eben zurück in den Huntington und ich bin eben nicht mehr Trainer von der Hertha und auch nicht mehr Experte von RTL, sondern ich habe einen neuen Job, ich verkaufe jetzt im Internet Tagebücher. Ich schreibe jeden Scheiß, den ich von jemand weiß, in mein Tagebuch. Ah, das ist so die Angewohnheit. Ich schreibe es im Büro und sogar auf dem Klo. Das ist für alle voll der Fluch. Ah, genau. Ich schreibe hier und da, ob einer pünktlich war und ob er mitfahren darf im Bus. Ah, das geht überhaupt nicht. Hab schon nen Tennisarm und meine Hand wird lahm, weil ich ständig alles aufschreiben muss. Was ist ein Zwang, denn? Ich hab den Zwang, dass ich was notiere, weil ich vom Wind aus nebenbei noch was kassiere. Ich schreibe viel, ich schreibe schnell, ganz schnell, weil ich kenne nur das englische Modell. Ich singe H-O-E. Ich habe ne Geschäftsidee. Ich bin Schwabe. Komm, hör kurz zu Besuch und schreib ins Tagebuch, weil ich darin einen Mehrwert seh. Und leidensfähig bin ich auch. Ich singe H-O-E. Ich habe ne Geschäftsidee. Ja, ich bin der Cleansie und ich hab nen Spleen. Ich schreibe alles auf, was ich so seh. Ja, genau. Ich bin der Jürgen und ich muss würgen, wenn ich den Michael Pritz nur seh. Ja, das ist ein Psycho. Ich singe H-O-E. Ich habe ne Geschäftsidee. Komm, hör kurz zu Besuch, schreib in mein Tagebuch, weil ich darin einen Mehrwert seh. Und alle H-O-E. Ah, jetzt kommst. So blöd ist nur, hat der BSC. Eisloch war. Erst kam der Aufsichtsrat, dann war ich Trainerstab. Und dann wurd's Zeit, dass ich wieder geh. Ja, ist super voll. Ole Ole. Ah, genau. Und ähm, ja, jetzt bin ich in Huntington und hab grad schon gesehen, dass fünf Bestellungen reingekommen sind für Tagebücher. Unter anderem von Alexander Nuri. Willkommen in Matze Knopien. Das neue Comedy-Live-Programm von Matze Knop ist da. Tickets und Termine unter www.matzeknop.de